Lieblingsbuch, gar nicht so leicht zu beantworten. Am liebsten lese ich Biografien und da hat mir das Buch Christiane Vulpius, die Frau von Goethe, das hat mich mächtig beeindruckt und das habe ich auch gleich zweimal gelesen. Also ich lese gern Biografien, auch Königin Luise von Preußen, sowas macht mir viel Freude. Welche Musik hören Sie am liebsten? Ich höre am liebsten klassische Musik und da liebe ich sehr den Rolando Villason, David Garrett, dann die Anne-Sophie Otter oder auch die Mutter, je nachdem. Also ich liebe klassische Musik, das ist so meine Welt. Oh, was esse ich am liebsten? Das ist eine super Frage. Ich esse sehr, sehr gerne Linsengemüse mit Spätzle. Dann esse ich sehr gerne Apfelstrudel. Ja, ich schaue mir ganz gern mal ein Krimi an und ich liebe Rosamunde Pilcher. Was ist so die heile Welt, die die Herausforderung immer besteht? Meine Lieblingsfarbe. Ich kann gar nicht so sagen, dass es nur eine bestimmte Farbe ist, aber es sind die Farbtöne, die in dieses Orange, Terracotta gehen, in Gelb, ein bisschen so ein Blaugelb, Rot, Bärenfarben. Alle Farben, die kräftig sind, die liebe ich. Und die sind auch sehr durchgängig in meiner Kleidung und auch in meinem Umfeld. Also ich bin einfach jemand, der Farbe braucht. Was würde ich machen, wenn ich nicht das mache, was ich jetzt mache? Dann hätte ich ein Riesenproblem. Das ist ein schöner Abschluss. Danke.